Hallo und Willkommen zurück bei Medieval Dynasty So, ich habe noch ein bisschen Zeit gewartet, damit wir gleich schlafen können Äh, nicht gewartet Ein bisschen haben wir noch, 2 Stunden Richtig? Jo, ne, eine Stunde, 19 Uhr können wir, ok Ähm, ja, Räuser stehen alle Dürfen wir jetzt wieder ein paar frei gehabt haben Oh, 3 Stück Wir können uns also noch welche holen Hatten wir, glaube ich, auch vorgehabt Problem ist nur, die sind halt alle jetzt doof Mit wem redest du? G'day Oh Nichts? Das ist ein wirklich gemeiner Witz, Papa Bye Drei Einen trefft endlich doch Ach, ernsthaft? Musst du das jetzt? Oh, oh Blöder Bengel Mh Ja, ne, also sowas kann ich nicht auf mich sitzen lassen So, ja, wir haben bestimmt irgendwo Holz sperrt oder sowas So, ja, wir haben bestimmt irgendwo Holz sperrt oder sowas Das ist eigentlich Werkstatt oder so, ne? Also müssten hier eigentlich schon richtig sein Können ja auch so ein fettes, äh, fetten Speer hier geben Da nicht Sieht das auch nicht dann noch aus? Boah, das hat mir nicht Wir können uns das hinterher, ne Okay, hier nicht Hier Floyd Äh, ne Mh, hm, hm, hm Okay Mh, hm Oh je Mh Hätte mich auch gewundert Hätte mich auch gewundert Mh Äh, hier wäre es ja richtig blöd Mh Mh Okay, da kriegen wir's nicht Okay Geschenke Besondere Geschenke kannst du den Frauen beim Turteln oder deiner Frau nach der Heirate bereichen. Die Auswahl eines Geschenke, das am besten zur persönlichen Deine Frau passt, die zählt die besten Wirkungen. Du kannst einen Gegenstand pro Jahr an eine bestimmte Person verschenken. Geschenke werden nur vom Händler für solche Waren verkauft. Ah, okay. Okay. Das heißt, wir klappern mal die ganzen Gegner ab. Der kleine Bengel geht mir ja jetzt schon auf den Sack. Ich habe keine Geschenke. Wieso kann ich so ein blödes Holzschwert nicht selber herstellen? Kann ich auf den Stock gehen? Hat bei den einen Bengeln auch gerufen. Ja, komm, 2000. So passt. Schnell nach Hause. Den ist Bettchen. Ja, komm. Ja, diese Ausdauer. Okay. Vielleicht sollten wir den Donner mal bei uns hinsetzen. Achso, da haben wir ja. Wir bauen hier schon ja nur noch Wasser rein. Ja, gut, das wird später noch schlecht. Entschuldigung, ich liebe dich. Auf, auf. Okay. Es gibt einen Hornäcker, war die Dame. So, kriegt unser kleiner Bengel sein Spielzeug. Was? Okay. So cool, dass wir uns aufwärmen müssen, ja? Ja, gut. Ist ja auch Sturm. Ja, Plätze. Das schaffst du. Okay. Oh Gott. Warte. Hallo. Okay. Hey, so schweb ich gar nicht. Hier hoch. Oh, okay, so was kann man drauf passieren. Da wird schon richtig, Sonja. Also Süden war ja definitiv richtig. So, vielleicht sprühe ich doch mal nach. Ja, bisschen nach da. Den Volumen war nicht auf dem Weg. Oh, okay. hier haben wir auch nur würfel oder auch nicht da fehlen uns wahrscheinlich dass die halt renke uns aber erst mal egal und bedankt doch nicht doch oder gewinnung gewinnung haben wir alles voll wird also sechs und sechs brauchen wir jetzt auch nicht gut jagd hätte können wir jetzt noch jemanden rein machen sollte auch erst mal das passen genau die landwirtschaft brauchen wir auf jeden fall produktion geht auch ja keine pilzumhänge glaube ich so aber wo ist die person war doch hier aber sehen wir doch mit karte ja 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 wir sehen uns also nicht dann trauen wir mal dahin. ok so die quest lassen wir erstmal in ruhe weil da jetzt der tag bei jahreszeit macht wenig sind ja so gut ja, mir ist auch kalt. ok ja, mir ist auch kalt. ich wollte sagen, bitte kein bär, aber kann uns auch egal sein. viel schneller hier na, das hat man, das ist wirklich mal. Ah, da ist er. Gefunden. Oh Gott, ne? Oh, komm her. Nee. Da ist es nicht. Oder war ich so ein Schmiedetyp? Weil dann doch nochmal zurück. Nee, Süden ist falsch. Ach man, was man nicht alles macht wie die Kinder. Ich bin nicht arm, weil ich keine Spielzeuge habe. Das mussten die. Das mussten die unbedingt reinbringen. Ja, scheinbar nicht. Oh, hallo. Hey, Moment, stopp. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht ne Arme? Oder bin ich da schon wieder? Hä? Oh. Rackstack. F-f-f-f-fraising. Okay. So. Amba. Noch eine. Ne? Cool. Schön. Wow. Ein Knüppel. Naja. Immerhin. Ein. Aufwand. Ja, der Aufwand. Super, kann ich mich nicht nehmen. Toll. Ja. Cool, so guter Tasche. Hmm. Hmm. Dürfen wir ein? Dürfen wir eigentlich jetzt alles haben, ne? Bis auf den da. So. Okay. Komm runter. Okay. Herantrücken. Okay. Nö. Der Wahn kann sich gerade rein. Moment. Okay. Okay. Jetzt geht aber... Ach, dann doch ziemlich die Ausdauer schnell runterbiegen. Okay. Jetzt geht aber... Ach, dann doch ziemlich die Ausdauer schnell runterbiegen. Okay. Okay. Ja, ja. Schwimmen wir mal wieder. Du da. Ach, scheiß Junge. Hm. Kopfhüpft. Okay. Da. Spielzeugschwert. Ja, kochen wir nur drei Stück. Ähm. Können wir jetzt hier auch ein bisschen was verkaufen. Da, Apfelwein. Bierflasche. Ja, gut. Ja, komm, die Eimer haben wir genug. Hm. Ne, warten wir auch. Zwölf. Echt? Echt? Ja, hier ist ein Paar und waren nicht so gut. Hm. Ja, Kürteltasche hab ich selber anziehen. Hackerschwein. Bam. Knüppel. Ähm. Messe behalten wir immer noch. Ah. So. Hm 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 hm. Das hat er noch weg. Das hat er weg. Dann hemmen wir das so weit. gut denn ja kommen die erst mal die war die holzstämme die so gut gemacht noch mehr und die bretter 1,6 können wir ja auch so bei 500 verkaufen ach so gut ne so reicht es uns ja auch können wir ja auch eher nicht so lang naja dann gucken wir mal kurz bei was anderem nach ich glaube ich glaube hat wohl nichts Stoffpuppe Interessant So, dann Irgendwas wollte ich da noch verkaufen Ja, Brennholz Ja, gut, ne, denn Jo, tutu Ab nach Haus Und der hatte nichts Hat der noch irgendwas für die Kinder? Jo, hoffen wir sind mal gut Küstkuchen Ne, okay Ja, gut Wie war in den Händen, dann müssen wir also gucken Oh, ein Schiff Na, kein Elchtest Oh, Christ Dann machen wir noch ein bisschen was Und den haben wir gleich wieder im Frühling E.B. Und den Geiern wieder im Frühling nochmal die ganzen Dörfer hier vorne ab Ah, der König, bla bla Damit wir wirklich mehr Leute haben Und Ja, in Position Beziehungsweise Auf dem Feld besser ausgestellt sind Aufgestellt Mal diese Ausstellung So, und plötzlich Du schränkst dich jetzt an Ja Ich möchte gerne im Frühling jetzt Ein Fohlen sehen Und wehe nicht So, mein Guder Upsi Na Er hat doch eine Kleinigkeit für dich Ja, nicht die Puppe Danke Papa, du bist der Beste Hm, natürlich bin ich das Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Fälle nochmal an Ob da jetzt wirklich alles geregelt ist Ja, du bist schlecht Und hier ist alles gedüngt, das ist gut Da ist jetzt auch soweit alles fertig Das muss nur noch Ja, geertet werden Hier mit dem Weizen genauso Ja Du bist gedüngt Und du bist auch gedüngt Okay, das sieht ja gut aus Was stehst du denn hier so im Fahler rum Hast du nichts zu tun 44 Kräuterkunde Na gut, wenn er kein Material hat Kann er ja rumlaufen Ach du Schreck Scheiße Scheiße Ah, allein Gewebe auch nicht mehr so gut Wir haben noch Flachs alles da Ne Oh, okay, alles verballert Oh, wir haben schon wieder 700 Auch nett Ja, rocken Ja, rocken So, Steine Ja Ja, komm, Steine Nehmen wir die Hälfte mit So, okay Okay Das passt erstmal soweit Dann gehen wir mal hier Das ist eine Arbeit Das ist schön Was, 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 was steht hier denn Stroh Das kriegen wir auch geändert Oh Ja gut Irgendjemand sammelt Das ist doch auch Stroh Wer wandert Wo hat der? Na gut Steine Können wir ein bisschen runter machen Mach mal so Und Stroh Passt Mach mal so So Okay Den haben wir schon Das passt Was hat die Uhrzeit Ach du Scheiße Doch, haben wir hier noch ein bisschen Zieht Die Corona Geh weg Das war halt auch nichts Was Ja Die anderen Äh Fordern Oh, nicht Hier schon mal nett Okay Gut, aber scheinbar Kohle und Karotte Haben wir gut Das Ding Schaut aber schlecht aus Unser Fisch Okay, das ist eigentlich zu viel Ja Machen wir mal 20% Und Hier machen wir mehr draus Gut, haben wir auch Hier machen wir schön koche, koche Ja Hier haben wir was Ach komm, dann machen wir Doch einfach mal Ein bisschen dekorieren Ja Wie schnell war Wäre das Viel cooler Dann 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 Hier Dann Hier Dann So Machen wir hier genauso Das sieht doch schon mal Das sieht man praktisch schon gut aus Scheine M 5000 NO M00 Arnold 2 1 1 2 1 2 1 2 3 Das geht, das geht. wir haben jetzt 31 beziehungsweise ende der fall wir wollen uns jetzt wieder morgen also im neuen jahr nein quatsch mein Gott nicht blöd ich hab doch hier jetzt schon ein bisschen länger aufgenommen Entschuldigung, vergesst das alles ich komm langsam durcheinander das dürfte jetzt schon eine Woche drüber sein oh 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 Ja, natürlich. die war ich schon gemacht mit dem schnee gefällt mir zwar nachschlaf aber nejo haben wir noch ein hammer wie es uns kuppenhammer das ist wirklich blöd für die zeit dass wir dinge fertig machen können material also eisenwerkzeug und so weiter das wäre echt toll jetzt und wieder ganz langsam so schön nach nach so tern äh dekorieren so hier dann so 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 mit great power comes great responsibility and the king seems to be doing just for spiderman geschaut ja ich auch schön dass die auch vorher noch Toll, wir haben keine Facken mehr. Echt nicht? Entschuldigung. Ja, ist doch gut, ich will mich jetzt die ganze Zeit mit Volllammern. Boah, der mich weiter nervt damit. Jam, jam, schön Wasser. Boah, die müsst ihr so dünnschiss jetzt kriegen, ne, bei dem kalten Wasser. Heile er mir? Ich im König. Ich bin Chef. Wieso sind wir eigentlich Kastellan? So. Was sagt jetzt die Uhr? Ja, sagt die Uhr zur Schlafenzeit. Aber ich will mal ganz kurz noch was gucken. Tisch hatten wir auch gut. So. So. Ja. Tisch. Tisch. So. Gut. Jojo. So eine Position, ist klar. Ja. Wir gehen jetzt ab in den Frühling. Alles gut, Schatz? Ja. 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 Klingt gut. Ich kenne meine Fahrer zu. So. Okay, keine Einschränkungen. Nach dem Regen. Nach dem Regen ist ein traumhaft schöner Regenbogen am Himmel zu sehen. Seine Leute scheinen glücklich zu sein und halten ihn für ein gutes Omen. Das klingt gut. Alle Dorfbewohner erhielten 10 Stimmung. Ja gut. Kann uns eigentlich egal sein. Sind doch eher alle heavy. Ja. Wow. 1000 Steuern. Na ja. Alter. Gut. Ich glaube die Bäume können noch ein bisschen wachsen. Aber. Das hat doch was. Moment. So. Ja. Halt. Stopp. Was haben wir jetzt eigentlich hier für eine Tasche dran? Das ist der Rucksack, ne? Oh. Haben wir gar nicht. Na. Jetzt haben wir eine Gödeltasche. Halt. Stopp. Ah. Schön. Das ist richtig schön. Oh. 2000. Jetzt können sie die Gödeltasche. Halt. Was war das? Was war das? Halt. Wer will hier schon wieder was? Achso. Steuern. Ja. Ansonsten. Da haben wir hinten wieder jemanden, der was will? Ja. Das ist was wir uns auch bringen. Wir wollen nicht mit unseren Prozessenen. Auch wenn sie weit zu glücklich sind. Wie kann ich dir helfen? Ja. Was können wir nicht tun, ne? Da haben wir seinen Bogen verloren. Wir brauchen einen neuen. Ja. Ja. Was machen wir? Der braucht bestimmt wieder ne Gödeltasche. Natürlich. Entschuldigung. War ich nicht. Ich glaub ich war das wirklich nicht. So. Wir brauchen Leinengarn. Sechs Stück. Leder waren es drei, glaub ich. So. Das war's. Den Rest dürften wir eigentlich sowieso haben. Ja. Daddy ist gut. Das mit dem Pilz umhängig gefällt mir auf jeden Fall nicht. Da gucken wir uns gerne an was wir da haben. schon. So. Die machen noch immer zwei stück. Das heißt. Wir sehen nicht wie viel er verkauft. Oh, schade. Die gehen jetzt alle arbeiten. Ah, ne, er steht noch da. Ja, da, das ist ein Bogen. Gut. Ja, aber was sollten die theoretisch eigentlich schaffen, ne? Können wir hier eigentlich schon ernten? Ne, immer noch nicht. Ja, da quill dir. Sag mal erst. So, ihr habt jetzt zwei fette Fälle zum abwerten, ne? Ich bin dein Chef? Bestimmt nicht mit denen. Ach, guck mal, die pflanzt schon neu an. Das ist gut. Ich glaube, ich sollte helfen. Haben wir nicht sogar eine Sicherheit oder so noch da? Bestimmt bei Kupfer. Ne, ihr müsst ja auch bronzemäßig sein. Nein, wenn dann. Hm, ne. das war die falsche zahlen wechseln soll naja so schon wie viel dann gehen wir sich sichern so viel wir haben sie weiß nicht schon werde beim sehen oder früher im herbst Wird im Sommer oder Herbst geerntet? Oh, okay. Oh Gott. Ich vermisse meine Sinse. Ich liebe es, wenn die Natur wieder zurückkommt. Oh, ich ziehe krass. Aha, wir verkaufen drei. Macht natürlich keinen Sinn, ne? Wenn wir nur... ...zwei noch was herstellen. So, stellen wir so viel her. 5. Oh. Noch lieber 4. Okay. Gut. Gut. Ah. Gut. Das sind so irgendwie Steinländer. Ja, sie hier. Gut. Oh Gott. wie ist das nervtötend? je schneller wir da weghauen, desto stelle ich jedoch die ausdauer weg ich könnte wissen, wenn ich jetzt eisen machen kann, ich hole die sense die macht flachs, die macht das feld, die macht das feld, die macht das feld, die macht das feld, sieht alles schon mal prima aus ah, das ist wirklich ein arme draus es wird sehr 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 viel rauben sein oh man, hätten wir hier eine sense finden können wir hätten sich überhaupt so ein kleines ding ausgesucht bestimmt nicht so ein kleiner mensch am besten gucken wir vielleicht zuerst in castoria, dann können wir auch gleich steuern zahlen ja nicht nur deiner, äh gut, ich fühle das äh, knüppeln hat er aber viel gemacht, ne? und gut, die anderen an die schmeißen einfach nur ein paar körner auf den Bohnen die haben keine ahnung von richtiger Arbeit ja, hm denn mach mal Dünger, vielleicht da ja, aber wo, siehst du, hab ich mir ganz vergessen ah dafür gibt's gleich Material schön das ist schon wieder so viel aber mit Dung kommen die auch nicht hinterher, bin ich gut das heißt nur, dass es sich jetzt schon bessert ähm, ok dann hm 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 ach schon noch 2 Euro, schön gut gut, ihr macht das schon wir brauchen jetzt regent die dorfbücher mit wir da die ganzen ganzen weizen dann fertig kriegen und rocken und weiter getreide bin erst getreide moment 5 schweine geil da haben wir etwas bekommen finde ich gut so hier haben wir noch nichts ein bisschen blöd aber naja die plätze ganz ruhig und löss und löss und löss da liegt nichts hier liegt nichts und bräuchchen und 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 Auch Wein. Okay, da hab ich auch so ein... Oh, zwei Leute. Ah, Produktion. Schade. Aber Produktion ist gut. Wir hatten die Reihe. Können wir auf drei machen. Da können wir zwei Leute einstellen. Ja, Papa ist da. Wir müssen in der nächsten Folge nochmal die anderen Dörfel abklappern. Was ist denn nun los mit ihm hier? Oh, drei Stück. Ah, komm, da werden wir doch bestimmt Glück haben. Na wo, ja? Ist... äh... Und ich laber, ne? Nicht was wir brauchen. Das ist verlassen, ne? Jo. Oh, Moment, stopp. Wir haben Frühling. So. So, das heißt, wir brauchen wieder Löwenzahn. Und... Breitwild. Genau, genau. Oh. So. Gut. Dann leg mal los, mein Freund. Gewicht tragen, yeah. Naja. Okay. Ach schön. Ach schön. Mach gut. Das war's. Naja. Besser als nichts. Warte mal, das stört mich auch schon eine Weile. Und ja. Und ja. Und ja. 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 Da haben wir rein. Da haben wir rein. Ja. Ja. Entschuldigung. Ach. Ja. Ja. Ach. Ich will aber auch... Naja, ziemlich schief. Oh, genau zwei, drei Leute sein. Och, Menno. Ah, komm. Ist es die beste Wahl? Ah, was soll's. Denn... Scheune. Dich einmal. Oh, die ist zurück. Schön. Und die ist auch zurück. Auch schön. Roberta. Oh, super. Ich könnte das doch so machen. Machen wir doch die ganzen Arbeitslosen. Ah, neun. Sieben, sechs, okay. Dann kommt die erst in die Mine. Hier. Bööö. Der ist Position. Und wir haben wieder zweifelig Position. Dann kommt die bei Dings rein. Gut. Denn... Da hin. So, du musst... Weiß und von haben wir nicht. Haarparkorn. Und Rocken. Boah, scheiße. Nicht so geil. Und hier. Haben die schon weggehauen? haben wir so viel Dünger? wow nö wieso sagt ihr mir den sonst scheiß an? ok, jetzt müssen wir den fix nochmal nachgucken gehen das kann doch nicht tun hmmm und sonst müssen wir uns bei der Scheune reinschmeißen weil der muss ja spätestens früher erkannt werden wenn nicht, haben wir den Cent wirklich ein Problem oh, neu jetzt wackelgut sonst nichts wird oh je, ist schon wieder überzogen ich kann es aber auch stundenlang mit Sachen verbringen da Ups Machen wir aber so Entschuldigung, Plätze So, was fehlt denn da jetzt schon wieder? Lachs kann es ja wohl ganz schlecht sein Jetzt gucken wir nochmal Scheune So, witz 500 Uhr So, das müssten die wir herstellen können Ja So, was fehlt hier? Na super Okay, Opfer haben die schon gefarmt Aber was fehlt denn hier? Dünger haben wir doch das Dann wäre es nicht echt, dass es ernsthaft Flachs ist Nee, da haben wir noch 5 styk So, Hafer wird gut aus Mhm Mischfeld Mohn? Mohn fehlt Mohn ist noch gar nicht gemacht Und 2,5 So, wir hier Okay, das bin ich Wow Das kriegen wir ja nie fertig Aber da muss ich wirklich selber nochmal Hand anlegen Ich glaube, mache ich auch Ops Jetzt Okay Okay Lachs haben wir noch Ich kann die Dame auch gleich noch machen Okay So Gudi, Leute Dann würde ich sagen Das war's für heute Ich bedanke mich einmal, dass ihr da wart Schaut morgen gerne wieder rein Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Däumchen da Und dann sehen wir uns morgen wieder Bis dahin Ciao, ciao Hello Ciao Untertitelung des ZDF, 2020